Ich habe hier mehr als zwei. Jetzt muss ich da schon wieder alles weghauen. Scheiß doch darunter, hier echt. Muss ich das nochmal reparieren, oder was? Kann doch etwas sein. Kann doch nicht wahr sein. So, naja, hier hoch. Jetzt guckt da auch noch Holz raus. Na, das ist ja super. Wie sieht das aus? Na ja, muss man dann... Man muss erst... Das sieht man dann erst wirklich, wenn man alles weggekloppt hat. Oder alles eingezogen hat, finde ich. Vorher sieht man es doch gar nicht. Was ist das jetzt auf der Kiste? Vorher sieht man es doch gar nicht. Also, noch nicht rummickern, warte bis fertig ist. Muss schon wieder übers Bett steigen. Also ich bin noch nie so früh über das Bett gestiegen. Ich bin nur noch drin gelegt. Aber man kann auch mal drüber steigen. Jetzt muss ich hier nur wieder aufpassen, sonst hau ich mal wieder... Wo will der Stein hin? Juhuuuuii! Achso, nee, ich bin zu hoch. Das war ein kleines Scherz. Ähm, was ist das? Oh, hä? Hä? Ach, hier ist überhaupt keine Stufe. Hab ich denn Stufen vergessen? Achso, nee, das war ja das falsch gebaute Ding, da war ich zu blöd, war. Ja, da war ich zu blöd, um richtig Stufen runter, beziehungsweise immer eine Stufe runter zu gehen. Aber ich war zu blöd dazu. Das kann ja mal vorkommen. Aber es gibt ja so Leute, die sind so blöd. Also, ich bin einer davon. Ich kann das gut. So, also, ja, ja. So, wenn man dann hinten die Baumfarme, wie gesagt, da vorne die Baumfarme. Und da, wo es schlecht geworden ist, also guckt mal nochmal, guckt mal nochmal in der Bildschule. Also, hier irgendwo in dem Bereich. Oh, da wird ja wirklich schlecht. Da wird dann die Mammutbaumfarm hinkommen. Und da gibt es auch noch diese Dschungelbäume. Das sind ja auch so Riesenfische. Und da möchte ich gerne die Dschungelbäume in den ganzen Scheiß hinpacken. Aber dafür muss ich dann erstmal unterwegs sein. Und mal die ganzen... Ich muss ja nicht die Holzsorten selber holen. Ich brauche die Samplinge. Also, sprich, dass wir in dem Deutschen bleiben oder im Hessischen. Sprich, ich brauche das Zeich da, was ich in die Erde rein tue, damit das wächst. Wisst ihr das? Also, heißt, sprich, ich brauche die Setzlinge, die da rein müssen, da. Gell? Die holen wir uns dann. Machen wir einen hessischen Betriebsausflug. In den hinteren Otterwald. Und dann holen wir uns das Zeich und die Beem. Also, die Beem sind die Bäume. Holen wir uns die Beem da. Und die großbeben. Und dann, äh... Ja, ist das so. So, wer es jetzt nicht verstanden hat, der kann ja mal einen Kommentar schreiben, was er denn nicht verstanden hat. Wenn er es nicht verstanden hat. Wenn er es natürlich verstanden hat, dann braucht er auch keinen Kommentar schreiben in die Kommentare, weil dann hat er es ja verstanden. Verstanden? Ja, so ist das, genau. So. Jetzt hauen wir mal das Holz hier rein. Ach, guck mal, wie gut es geht, wie gut es geht. Was denn das? Hallo? Bin ich jetzt zu klein, oder was? Das ist doch doof, ja. Ja, das hat ja wieder toll geklappt. Hat ja super geklappt. Ich meine selber das Holz. Ah, nee. Prost, Bau. Ey, Sabal. alter Mann. So. Wie sieht es aus? Ich finde, das sieht doch schön aus, oder? So, dann muss ich wirklich hier so ein bisschen. Nein! Amen! Leck mich doch am Fuß. Das ist auch manchmal... Habt ihr das auch manchmal bei dem, ähm... Inventortweak-Dingsbumsmall? dass er manchmal manche sache holt er nach unten manche nicht in jeder reihe verbaut oder was was findet dann am schluss schachtfeld oder was kann mir mal zählen wie oft ich mich gelust habe also das ja manchmal nicht funktioniert dass das nur bei manchen als zwei waffen leckt mich doch bei waffen und so funktioniert ganze scheiß ja und bei den setzt klingen hat funktioniert und dann geht das aber scheiße geht es manchmal manchmal geht es nicht es geht also wie gesagt und ich verstehe es auch nicht da hat es in irgendeinen einflussgarten das ist es sind alle materialien es ist nur so sehr materialien und natürlich bin so ein doof kopf dann müssen wir das dann mal mit aber auch ganz schmuck ich hier wenn man da und ohne nur da so wird mir schon ganz schmuck ich kriege schon knote in die arme also dann müssen wir können wir auch in den kommentare reinschreiben ich will heute wieder so sache von euch gesehen was passiert oder warum wird nicht alles hier da so nach unten verarbeitet also wird da sind unten reingelegt dass man dann weiter bauen kann bei manchen samt funktioniert also bei der schweizer woher funktioniert sie auf alle fälle und bei den setzlingen hat ja auch funktioniert bei den samen da funktioniert ja auch und das sieht doch jetzt schön aus oder jetzt sagt nichts falsch sonst muss ich euch umbringen ja und in die kommentare wie sieht es aus schön schön oder schön ihr könnt natürlich auch schön schreiber oder super und jetzt muss ich eine glasscheibe holt das werde ich nicht mit dem blöden loch daneben habe sie jetzt mal wieder vergessen wo sind denn hier glas scheiben habe ich denn überhaupt glas scheiben ich habe keine glas scheiben ich habe keine glas scheiben ich habe keine glas scheiben ich habe kein auto kennt mir das noch diese was war das mit liter werbung oder was ich weiß gar nicht genau so können wir mal eine kohle reinhauen dann kann das wieder prunzeln eine kohle lang doch gar nicht bin ich bin ich bin so ein depp das macht nichts dafür bin ich halt richtig also mache ich jetzt hier holz und da die box habe ich ja auch beschissen hingestellt da ist noch holz drin da kommt jetzt neu dann aber steile noch stein stein da ist nichts damit holz gemacht habe ich noch holz 2 das ist ja ganz toll 8 stück und mit acht stück und eigentlich für 60 steck brennen dann geht es nämlich da brennt hier alles jetzt so komm ne wo sie jetzt mein tag was brauche ich sechs stück der stück um eine fensterscheibe zu machen also sechs stück um 16 fensterscheiben zu machen natürlich ist lustig so lustig ja ja komm 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 dann kann man doch da machen wir jetzt hier dann haben wir doch fensterscheiben wie sich das gehört und kann man ähnlich auch das loch zu machen das geht mir auf die gräste und jetzt wisst ihr nicht was gräste sind gell ihr könnt ja mal in die kommentare schreiben was sind gräste ich hab schon mal an einem let's play erwähnt irgendwelche folgen von was ist denn das hier für ein komischer fuzzi da ich glaube ich gehe mal schlafen die können ja gerade mal die bügelbrüche also ich glaube ich habe es doch schon bei einer früheren folge schon mal erwähnt was gräste sind dann können wir ja mal reinschreiben gewinnen kennt ja natürlich wie immer nix ähm ja wie sich das gehört ne bei mir kann man nichts gewinnen dafür bin ich ja nicht da ich bin ja nicht jede gewinn und dann haben wir noch ziegelsteigen dings kischen und brauche ich das noch da habe ich ja noch mal kurz drin ja toll du bist du bist dreck dreck was habe ich noch bei die ho brauche ich brauche ich brauche nur eine dings genau auch eine kleine kiste nämlich an den kleinen kiste nämlich mit den nach unten in der in der dingsbums und das buch muss ich auch noch irgendwo hinlegen wo lege ich denn das buch hin das lege ich mir hier rein da bei den ganzen anderen klatschel da ähm was wollte ich jetzt eigentlich machen den wollte ich ja hinsetzen ja was wollte ich denn machen schon wieder alles fort aus dem herrn ähm das wollte ich machen genau siehst du bist es doch siehst ich wusste ich wusste doch dass ich das machen wollte ich hab's doch gewusst ich hab's doch gewusst so Schippe haben wir dabei das haben wir dabei ich brauche noch einen Dingsbums den nehme ich noch von vorne mit das habe ich ich brauche noch ähm das nehme ich ich brauche ich brauche Kalle da nehme ich mit die Diamanten nehme ich auch nicht mit ähm 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 da drin schieß drüber Gunpowder mein Handy klingeln das gibt es ja gar nicht kleines kurze pause also da geht es wieder weiter was wollte ich eigentlich machen jetzt gerade ach so die Diamanten habe ich da reingeschmissen was hab ich denn hier hab ich ein bisschen zu mir da sind die Flintstones es ist ja gut zu wissen da kann ich den Schlammer hier rausschmeißen da reinwerfen ähm so klar klar schmeißen wir die Hähne hin ne da hin oder da hin ich glaube da ist Klasse gut Uppala ich habe irgendwie einen Schluck auf jetzt Uppala sie gibt es sogar nicht so die weg ist alles weg dann nehme ich äh 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 so so ist besser und äh äh Spruce Wood habe ich auch schon ich nehme so einen halben Steck mit die lasse ich dann hier das ist die Pressure Plate und dann die Rübe das ganze Holzgelumpe und da habe ich sogar noch eine Kiste Steppe ich bin auch so ein Idiot manchmal ja aber nun gut so jetzt habe ich ja hier so verschiedene Äxte die könnte man hier übereinander legen ist das richtig da könnte man eine bessere Axt raus oder was aha das geht wirklich das ist ja super das wusste ich nicht wieder was gelernt hier so aber da brauche ich das ja gar nicht mitzunehmen oder die Bergzeuge das zeige ich mal hier hinter in der Kiste brauche ich ja nicht aber quasi da kann ich ja meine ultimate fist benutzen ja und dann gibt es richtig so links auf die Fratz er ist nochmal dabei ähm ähm da brutzelt noch alles hier so ja tja und da werden wir uns nochmal auf die Reise begeben unsere Reise und dann werden wir da mal ich hätte ein Bett im Händen ich nehme mal ein Bett mit genau ich nehme mal ein Bett mit da kann ich das nämlich immer dann da so kann ich dann da so soo jetzt werden wir hier wo stelle ich denn das Ding hin ach stelle es hier neben das ja genau sondern dann die Hau rein die Hau und die brauche ich ja nur hier so brauche ich ja gar nicht dann habe ich mal ein Homeding habe ich ja gemacht ähm und dann könnte man erstmal hier los tu gern und hier mal in die Welt hinaus latschen kann ich jetzt einschmücken kann ich den Baum auch mit Ultimate fest umhauen hop 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 ja das geht nämlich nicht siste ich brauche Dings ich muss Dings mitnehmen Axt äh ich muss mal zurück latschen muss meine Axt holen weil ich will dann schon den Tri Capitata benutzen sonst wäre das ja schwachsinnig das wäre ja saubleder der machen wir auch schnell zurück und eine Axt geholt juhuuu wiii au äh toll laufe ich zurück und breche mir nochmal die Knorren wie sich das gehört habe jetzt sonst nichts zu tun und ich habe kein Dings dabei den wollte ich ja mitnehmen hier den Kollege den nehme ich mit da könnte ich ohne Dings nehmen